Mein Traum, meine Geschichte. Na toll. Für mich fällt das Zeltlager aus. Was? Warum denn? 30 Reichsmark für die Versorgung und dann noch die Fahrkarte. Das haben wir einfach nicht. Hör zu. Wir sorgen alle zusammen dafür, dass Enno mit uns mitfahren kann. Wie sollen wir das machen? Wir sammeln in der nächsten Woche Geld. Und jeder guckt, wie er noch ein bisschen was dazu verdienen kann. Fahrt vor der Schule Brötchen aus oder Zeitungen, was auch immer. Hier steht außerdem, dass wir ein großes Zelt brauchen. Und zwar eins, das dicht hält. Ab jetzt muss wirklich jeder mithelfen und zu jedem Treffen kommen. Wir haben einiges zu tun. Treten Sie näher, treten Sie näher, meine Damen und Herren. Wenn Sie wollen, dass Kinder von Arbeitern auch in unser Sommerlager kommen, dann helfen Sie uns. Kommen Sie ran, für die roten Falten. Treten Sie näher, der Herr. Ja, dann gehen Sie doch weiter. Die roten Falten. Vielen Dank. Wenn Sie wollen, dass Kinder von Arbeitern gemeinsam ins Ferienlager kommen, dann spenden Sie. Jeder Groschen hilft. Denn nur so können wir die Welt verändern. Untertitelung des ZDF, holy mel Ganzen Sie da. Be man zu haben, Untertitelung. BR 2018